Auf den ersten Blick ist der kompakte OS1 von Optimus ein klassischer HDTV-Receiver mit einem LNB-Eingang und den wichtigsten Funktionen, um entspannt und unkompliziert Fernsehen genießen zu können. Doch schaut man genauer hin, so merkt man, dass sich die Macher des Set-Top-Boxen-Herstellers Optimus einiges haben einfallen lassen. Das schicke Design überzeugt und hat die wichtigsten Funktionen am Front Panel angebracht. Dort findet man auch einen Smart-Karten-Einschub. Der OS1 bietet einen analogen Video- und Audioanschluss, zudem hat er einen SPDIF-Ausgang für den optimalen Klang. Der HDMI-Ausgang bietet ein wirklich gestochen scharfes Bild auf dem Flachbildfernseher. Über den Ethernet-Anschluss können Sie den Receiver in Ihr Heimnetzwerk integrieren und natürlich mit dem Internet verbinden. Drei USB 2.0-Anschlüsse fehlen natürlich bei dem Alleskönner nicht, Sie finden zwei an der Rückseite und einen an der Frontseite. An den gewohnten RS-232C-Anschluss wurde auch gedacht. Der externe Anschluss einer Festplatte per USB ermöglicht HD-Aufnahmen und Timeshift. Außerdem besteht die Möglichkeit noch eine interne SATA 2,5-Zoll-Festplatte nachzurüsten. Die Umschaltzeiten zwischen den Programmen sind mit knapp einer Sekunde sehr gut, auch bei den HD-Programmen. Das Menü ist ansprechend, modern und übersichtlich gestaltet. Sehr erfreulich ist auch DISEG 1.0, 1.1, 1.2 und USELS, je nachdem welche Antennenkonfiguration Sie brauchen. Auf der Rückseite entdecken wir einen On-Off-Schalter, um das Gerät komplett vom Strom zu trennen. Zusätzlich bietet er einen Lüfter, der das Gerät vor dem Überhitzen schützt, den Sie über das Menü regeln oder auch ausschalten können. Im EPG findet man schnell und ohne Probleme seine Lieblingssendung. Die Box wird mit dem Linux-Betriebssystem ausgeliefert. Das heißt, sie ist offen für Updates und Images nach Belieben. Und genau das ist das Highlight der Set-Top-Box OS1 von Optimus. Die Fernbedienung ist übersichtlich und selbsterklärend angeordnet. Sie liegt zudem perfekt in der Hand. Ein rundum High-End-Multimedia-Center der OS1 bringt alles zusammen in einer Box. Die Set-Top-Box ist bei Ihrem Fachhändler erhältlich. Überzeugen Sie sich von der Qualität.